Letztes Mal bei The Journey. Los, Alex! Spute dich, Alex, ne Machschau. Was war das denn? Jetzt fall doch nicht hin, Alex! Eine Blamage! Wenn du es mit der Profikarriere ernst meinst, muss Fußball dein Leben sein. Vier Jahre auf der Akademie und heute geht es um alles. Jedes Team in der Liga reißt sich um deine Unterschrift nach der Leistung, die du gezeigt hast. Lass dir das alles nicht zu Kopf steigen. Oh, einen Moment, Dad, warte! Mach's gut! Und zwei für einen funktioniert nicht. Sicherlich mach ich den Anfang. Klar, Mann. Wenn wir verlieren wollen. Harry, ein neues Team, wie fühlt sich das an? Äh, it's a special day for me. Noch ein Stürmer. Aber wir finden, es ist an der Zeit, dich auszuleihen. Sieh an, Williams. Dich hab ich nicht gesehen seit meinem Abschied aus der Premier League. Hi, Dino. Draußen hat sich dieser Möchtegern-Kicker auf dem Flur rumgetrieben. Alex Hunter, willkommen. Manchmal muss man eben lernen, alles loszulassen. Na bitte, Superstar Gareth Walker. Ihr zwei, habt euch also in der Championship angefreundet, hm? Mit 17 schon was erreicht, was die meisten Spieler niemals schaffen. Kap-Final ist nächste Woche da. Ich bin bereit. Komm schon. Pass auf. Das nächste Mal sehen wir uns auf dem Platz. Dad, was machst du denn hier? Wollte nur mal nach dir sehen. Siehst gut aus. Stark. Mom hat meine neue Nummer. Rio de Janeiro, Brasilien. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu The Journey 2 mit dem lieben The King Rasko. Pass auf. So wollte ich meinen letzten Urlaubstag nicht verbringen. Mann, wenn du nach Rio gehst, musst du dir auch mal die Realität ansehen. Das ist das wahre Leben. Auf solchen Straßen hat Pelé spielen gelernt. Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar. Und bitte schön. Das ist überall dasselbe. Andere Straße. Selbe Traum. Legendär. Du bist echt der coolste Mann. Roberto Carlos. Legende. Vielleicht spiele ich mal eines Tages für real. Ja, klar. Aber Freistöße wie er hast du nicht in der Ratsache. Vem jugar mit uns. Premier League. Premier League. Auf dieser Welt kennt dich echt jeder, aber mich. Daniel Williams. Ich bin ein mega Championship Superstar. Renan, Renan. Vala für ihn, Juliain, mit uns. Okay. Hey. Wie wollen das ihr spiel? Renan, das ist mein Team. Er ist in meinem Team. Ja, dann erteilt euch The Williams jetzt mal eine kleine Lektion. Vambuca Passi. Ja, ist ja cool gemacht. Der Übergang hier finde ich schon nice. So, dann geht's jetzt los. FIFA Street mäßig geht's ab. Boah. Starker Schuss. Ah, so. Okay. Einfach drüber. Okay. Hier, bis zum Beispiel. Yeah. Ja. 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 Oh, klasse da hinten. Alter Falter, ist gar nicht so einfach gegen die Sears drauf fahren. Alter, schön. Jetzt aber. 1-1, meine Damen und Herren. 2-2, meine Damen und Herren. Das ist ja hier. Schön, und jetzt mach ihn rein. Ja, Führungstreffer. War er da drin? Der war doch drin, oder? War er drin? Der war doch drin, oder? Okay. Schöne Ding. 4-2. 5-2. Jetzt wird es langsam bitter. Aber gut, wir spielen eben zwei Profis. Oh, da kommt es nochmal ran. 5-3. Noch 28 Sekunden. Jetzt lassen wir hier den Clay nochmal ein Tor schießen. Oder? Ja, Führungstreffer. Komm. Oh, das Tor ist beweglich. Naja. 3-6. Gutes Endergebnis. Vielen Dank, Mann. Gutes Spiel. Danke. Gutes Spiel. Sehr gut gespielt. Vielen Dank. Sehr gut, danke. Sehr gut, danke. Gut gespielt. Ja, bis dann. Danke. Ciao. Überragend. Oh, dieser Renan hat echt was drauf. Ja, aber würde er das auch im kalten Regen schaffen? Hm. Komm, wir müssen zurück ins Hotel. Denk an den Flug morgen früh. Oh, ja, bloß nicht am ersten Vorbereitungstag zu spät kommen, hm? Okay. Ich bleib ausgewilligern. Kannst gar nicht mehr abwarten, Mann. Du hast es echt nicht besser verdient. Echt coole Musik, muss man ja schon mal sagen. Ich finde es auch so die Atmosphäre richtig cool gemacht. Also jetzt allgemein hier jetzt auch klasse gemacht von FIFA. Von EA, Entschuldigung. Grießmann, Thomas Müller. Wir sind zurück in Liverpool. Bei FIFA 18, The Journey, Hunters Return. Oder The Journey 2, wie ihr möchtet. Ja, ich würde sagen, es geht weiter. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Und ich hoffe, ihr seid auch so gespannt wie ich. Okay. Ah, Anpassung. Ah, man kann nicht sein Outfit selber erstellen. Cool. Ich glaube, wir sind so ein richtiger Fußballfreak. Ja, das sieht auch gut aus. So, Schuhe. Nehmen wir die roten, oder? Ich glaube, da passt ein bisschen Dunkelblau zu. Und, wie ich sagen... Okay, so kann man schön drehen. So, so sieht denn jetzt der Hunter... Oh. Ne, ne. Wir wollten die Dunkelblauen. So aussehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Leben, Kapitel 1 Aber bevor das Kapitel 1 weitergeht, würde ich sagen, enden wir mal hier die Folge Ich glaube, das war für die erste Folge echt viel neue, interessante Sachen Und ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen Und seid gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen Mittag Wir sehen uns wieder, euer Secking Rasko Tschö